Der Wachtturm-Teleporter Wenn er sagt, dass es für ihn okay ist, dann reicht mir das. Ja, ich hab mich gefragt, was ist, wenn das, was Lois passiert, Iris passiert? Das erschien zunächst sinnvoll. Die Bösen bekamen das, was sie verdienten. Aber jetzt? Superman wird Batman nicht töten. Er ist nur ein Köder. Um den wahren Batman zu fangen. Und was kommt dann? Schon vergessen, was er mit Green Arrow gemacht hat? Da stimmt was nicht. Der Teleporter ist offline. Dann musst du etwa weg. Wie? Du wirst verlieren, Held. 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 Immer noch ein Kind. Held. 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 Scheiße. Deathstroke. Hör auf damit! Was ich tue, ist egal. Was ich tat, ist wichtig. Bin dir weit voraus. Du brauchst Hilfe. Jetzt hab ich getan, wo ich wollte. Wlungen weg. Das Ende ist nah. Und du sitzt in der ersten Reihe. Wir müssen los. Was hast du getan? Der Reaktor ist im kritischen Bereich. Erste Regel der Kriegsführung. Kommandostrukturen zerstören. Dieser Satellit ist entscheidend für Supermans Regime. Verflucht. Du hast die ganze Mission gefährdet. Superman ist meine Priorität, nicht ein Batman. Batman, hier ist Cyborg. Wir sind im Wachtturm, aber wir haben ein Problem. Der Reaktor wird explodieren. Kannst du das verhindern? Unmöglich. Du hast 90 Minuten. Wir sind bald in Position. Batman Ende. Ich muss alle hinaus teleportieren. Gute Arbeit, Gentlemen. Ich habe alle Hände voll zu tun, Lothar. Was willst du? Ich brauche Deathstroke. Wofür? Ich habe erfahren, dass Ferris Industries eine neue Technologie erprobt, mit der ich Batmans Kryptonit erneut waffenfähig machen kann. Du musst sie mir beschaffen. Weiß Batman davon? Nein. Er hätte die Waffe selbst einsetzen wollen. Aber das muss ich tun. Batman ist das Gesicht des Aufstands. Wenn er stirbt, stirbt der Aufstand mit ihm. Lex Luthor riskiert sein Leben für Batman. Ich kann's nicht glauben. Schick mir die Kräutinaten. Aline bringt deine Leute in Position. Beschäftigt möglichst viele Gesetzeshüter. Geht klar, Beth. Ich bin dran. Geht klar, Beth. Soll ich noch deine Wäsche waschen? Dein Badmobil einwachsen? Freiheit. Er wird mich umbringen. Um ihn würde ich mir weniger Sorgen machen. Schatzi. Dann mal los. Ich kann ihn wohl reparieren. Keine Ahnung, wie lange es dauert. Teile der Steuerung sind so konzipiert, dass sie mit Cyborgs neuralen Implantaten funktionieren. Wir müssen es versuchen, Barry. Vielleicht kommen sie nur so nach Hause. Beeil dich, Frost. Ich werde auf Strikers Island gebraucht. Ich habe Anomalien entdeckt. Wie eine Träne im Raum Zeitgefüge. Verstanden. Kommt zum Punkt. Ich denke, das sind die Orte, an denen die Duplikate ankamen. Dieser scheint die Quelle des Transfers zu sein. Der Aufstand. Ich weiß es nicht genau. Es ist nur eine Theorie. Superman mag keine Theorien. Er braucht Fakten. Wieso kommst du mit sowas zu mir? Sende Flash die Koordinaten. Er kann deine Theorie am schnellsten bestätigen. Gute Detektivarbeit, aber leider zu spät. Geht. Zu einfach. Deine Taktik ist eindimensional. Ja, das ist sie. Ich wusste, dass dein Lasse dir nicht lange hilft. Dir wurde Amnestie angeboten, Deathstroke. Du hättest sie annehmen sollen. Um dann zu verpassen, gegen Supermans Lückenbüßerin zu kämpfen? Wie kannst du es wagen? Ich bin eine Amazone. Eine veraltete Rasse mit vorhersehbarer Technik. Biete mir eine echte Herausforderung. Überrasch mich. Bieter zu erkanne. Bieter zu erkanne. Bieter zu erkanne. Oh, oh, oh! Ich bin nicht beeindruckt. Cyborg, ich hab Sie. Schick mich zu Lufo. Verstanden. Ich hoffe, das war's wert. Batman, bereit?